Eine Ziehklinge ist ein wirklich geniales Werkzeug und genau darum geht es in diesem Video. Eine Ziehklinge, die wirklich Späne macht und nicht nur Sägemehl, ist ein tolles Werkzeug. Damit könnt ihr gegen die Maserung arbeiten, ohne dass etwas ausbricht. Ihr könnt alte Farben damit runter machen, ihr könnt Klebebänder. Beim Furnieren zum Beispiel damit runter machen. Also wirklich ein sehr vielseitiges Werkzeug und ein sehr simples Werkzeug. Denn im Prinzip ist das ja nichts weiter als ein einfaches Stück Blech. Dieses Blech muss ein paar bestimmte Eigenschaften haben. Es darf nicht zu hart sein, nicht zu weich. Und es muss, und das ist das Entscheidende, einen angezogenen Grat haben. Denn ein einfaches Stück Blech, das ihr irgendwo kauft, findet, was auch immer, wird keine Späne machen. Und dieser Grat ist halt dafür verantwortlich, dass diese schönen Späne kommen und nicht nur irgendwelche Krümel. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr an die Ziehklinge diesen Grat dran bekommt. Denn das ist eigentlich gar kein Hexenwerk. Und wenn ihr euch ein paar Hilfsmittel macht, dann geht das sogar noch schneller und einfacher. Vor allem, wenn ihr viel mit Ziehklingen arbeitet, dann werdet ihr diese Hilfsmittel zu schätzen wissen. Ich habe jetzt hier drei stumpfe Ziehklingen, die brauchen einen neuen Grad. Ich arbeite immer mit mehreren, sammle diese dann, wenn sie stumpf sind, und schärfe alle wieder auf einmal. Das ist viel effektiver, als jedes Mal eine Ziehklinge zu schärfen. Und selbst wenn ihr wirklich hochwertige Ziehklingen wie diese hier kauft, die sind von Lee Nielsen, dann kosten die nicht die Welt. Ihr könnt euch also ruhig zwei oder drei davon kaufen. Ich habe auch andere Marken ausprobiert, auch No Name. Ich bin aber jetzt bei diesen hier gelandet, weil sie einfach den Grat lange halten, weil sie lange scharf bleiben und sich dennoch gut schärfen lassen. Ich finde die wirklich super. Dann braucht ihr noch eine Pfeile in grob, Hieb 2 und eine Pfeile in fein, Hieb 3. Damit wird der Grat entfernt und ihr braucht einen Gratzieher. Und da habe ich in der Vergangenheit auch vieles ausprobiert. Bin jetzt wieder hier bei einem Werkzeug von Lee Nielsen angelangt. Das kann aber auch ein anderer Hersteller sein. Ich habe halt festgestellt, dass das Anziehen eines Grates mit einem Hartmetallstab wie diesem hier wirklich sehr, sehr gut geht. Ich hatte HSS, ich hatte Dreieckige. Das hat alles nicht so gut funktioniert wie dieser Hartmetallstab. Wenn ihr irgendwie an so einen Stab drankommt, macht euch einen Griff dran. Das funktioniert wunderbar. Ihr kriegt diese Hartmetallgratzieher auch von anderen Herstellern. Dann braucht ihr noch einen feinen Abziehstein. Wenn ihr mit Handwerkzeugen arbeitet, habt ihr den ohnehin. Dann braucht ihr noch ein paar kleine Hilfsmittel aus Holz. Die macht ihr euch selbst aus Resten. Die sind auch schnell gemacht. Und die machen euch das Schärfen von Zieglingen wirklich sehr, sehr einfach. Zunächst einmal macht ihr euch sowas hier. Das ist ein Holzwinkel. Hier unten ist eine Nut drin. Die verhindert, dass ein bereits angezogener Grat beim Einspannen wieder platt gedrückt wird. Das hier ist das Gegenstück. Der Trick hierbei ist jetzt, dass die Zieglinge hier nur ganz minimal übersteht. Und dann könnt ihr mit dem Gratzieher hier ordentlich Druck ausüben, ohne dass sich diese dünne Zieglinge verbiegt. Also das funktioniert auch bei sehr dünnen Zieglingen. Der gleiche Grundhalter dient zum Abpfeilen des vorhandenen Grates. Wenn der Grat stumm wird, wird der entfernt und wird neu angezogen. Das macht ihr mit einer Pfeile. Ihr nehmt zuerst die grobe Pfeile, hieb zwei. Damit entfernt ihr den Grat. Dann kommt die feine Pfeile, hieb drei. Und damit macht ihr diese Kante hier etwas glatt. Und das soll alles im rechten Winkel passieren. Dazu habe ich mir diese Klötzchen hier gemacht. Einmal grob, einmal fein. Das ist einfach nur ein Klötzchen mit einer passenden Nut. Da wird jetzt die Pfeile reingesteckt. Das sollte alles ziemlich stramm sein. Dieses Klötzchen hält jetzt eure Pfeile im rechten Winkel zur Fläche. Und damit könnt ihr den Grat wunderbar wegmachen. Das gleiche nochmal für die feine Pfeile. Wenn das mal zu locker ist, könnt ihr einfach ein Stück Klebeband reinlegen. Das funktioniert dann auch wieder. Und damit wird dann die Kante geklettet. Das kommt später noch zum Einsatz. Ich hatte mir mal einen solchen Pfeilenhalter hier gekauft. Das funktioniert grundsätzlich. Das Blöde ist nur, wenn ihr mit mehreren unterschiedlichen Pfeilen arbeitet, dann spannt ihr ständig um. Oder ihr müsst euch noch einen zweiten Halter kaufen. Das funktioniert mit diesen Holzklötzchen hier genauso gut. Also den hier könnt ihr euch definitiv sparen. Der erste Schritt ist jetzt das Entfernen des Grates, des alten stumpfen Grates. Dazu legt ihr eure Ziehklinge hier in die Vorrichtung. Ihr zieht bei einer solchen Ziehklinge immer vier Grate an. Wenn eine Seite stumpf ist, benutzt ihr die andere und so weiter. Und jetzt nehme ich hier meine grobe Pfeile in dem Halter und pfeile damit diesen alten Grat weitestgehend weg. Und das Schöne ist jetzt wirklich durch diese ganz simple Vorrichtung hier drückt sich meine Ziehklinge hier nicht krumm. Das hält alles. Ich kann hier wirklich vernünftig arbeiten. Jetzt kommt die feine Pfeile. Das Ganze auch nochmal auf der anderen Seite. Jetzt ist der Grat weitestgehend weg. Jetzt kommt noch etwas Feinarbeit. Denn durch das Pfeilen ist wieder ein neuer, feiner Grat entstanden. Der muss auch wieder weg. Und das geht hier auf dem Abziehstein sehr gut. Ich habe hier einen 8000er Stein. Damit wird auch die Fläche hier noch nachpoliert. Das ergibt eine wirklich tolle Schneide. Und damit ihr hier auch ordentlich Druck ausüben könnt, nehmt ihr euch eine Holzleiste, legt die drauf und schleift dann diesen feinen Grat komplett weg. Da darf also kein Grat mehr zu spüren sein. Das macht ihr auf allen vier Seiten. Achtet wirklich beim Pfeilen darauf, dass ihr den alten angezogenen Grat komplett weg habt. Dass hier wirklich nur noch ein ganz feiner Grat von der Pfeile zurückbleibt. Dann habt ihr auf dem Abziehstein nur noch wenig Arbeit. Man sieht oft, dass die Kante abgezogen wird. Das spare ich mir seit langem. Denn ich nehme mir eine feine Pfeile, um diese Kante hier zu glätten. Das reicht vollkommen aus. Das Hochkantschleifen von Zieglingen ruiniert eure Abziehsteine. Wenn ihr nur die Fläche abzieht, ist das nichts anderes, wie wenn ihr ein Hobeleisen oder Stemmeisen schärft. Das schadet dem Stein nicht. Aber dieses Hochkantschleifen, das macht wirklich tiefe Rillen hier rein. Deswegen spare ich mir das und nehme lieber eine feinere Pfeile. Jetzt ist der alte Grat komplett weg. Nichts mehr zu spüren. Jetzt kann der neue angezogen werden. Wenn ihr 10 Schreiner fragt, kriegt ihr mindestens 11 Varianten, wie man einen Grat an eine Zieglinge anzieht. Ich zeige euch meine Variante. Wichtig ist, dass ihr den Zieglingenstahl etwas einölt. Ich mache es so, dass ich die Zieglinge flach auf ein Brettchen lege und dann mit dem Zieglingenstahl über die Fläche drüber fahre. Als würde ich ein Butterbrot schmieren. Auch wieder an allen vier Kanten etwa 20 Mal drüber gehen. Und dabei bildet sich ein Grat zur Kante hin. Das heißt, der Grat, der nachher für das Schneiden verantwortlich ist, der ist jetzt schon da, aber noch an der falschen Stelle. Der steht nämlich hier über. Jetzt kommt die Zieglinge wieder in die Vorrichtung, aber mit einer höheren Spannbacke hier. Beide Spannbacken sind auch etwas schräg gehobelt, etwa 15 Grad. Dadurch können sie höher sein und stören nicht beim Anziehen eines Grates. Jetzt kommt wieder ein Tropfen Öl auf den Gratzieher. Jetzt sind ja hier rechts und links jeweils zwei Grate, die im Prinzip jetzt nach oben stehen. Und um diese umzulegen, ziehe ich jetzt mit meinem Gratzieher einmal über die Kante. Jetzt merkt man schon einen ganz minimalen Grat, ganz klein. Ihr könnt auch mehrmals über die Kante ziehen, dann wird der Grat etwas größer. Je größer der Grat und je dicker die Zieglinge ist, umso dickere Späne könnt ihr abnehmen. Und bei diesem Drüberziehen mit dem Hartmetallstab wird auch diese Kante hier nochmal etwas nachpoliert. Auch das ist wieder ein Argument gegen das Polieren auf dem Stein, denn das wird ja jetzt gemacht. Jetzt habt ihr also hier einen ganz feinen Grat, der ist aber noch nicht groß genug, um damit arbeiten zu können. Und jetzt nehmt ihr euren Gratzieher, haltet ihn etwa 15 Grad schräg und zieht ihn mit Druck über die Kante. Dann merkt ihr hier einen größeren Grat. Wie gesagt, je dicker die Späne sein sollen, die ihr machen wollt, umso größer muss der Grat sein. Wollt ihr also eine Zieglinge für feine Arbeiten vorbereiten, dann belastet es bei einem kleinen Grat. Wollt ihr dickere Späne runternehmen oder große Lack, dicke Lackschichten, dann zieht den Grat nochmal nach. Dann wird er stärker. Und da ihr vier Kanten habt, die ihr auch benutzen könnt, nehmt ihr euren Gratzieher, haltet ihn in die andere Richtung schräg und zieht nochmal über die Kante. Damit bekommt ihr einen Grat auf der gegenüberliegenden Seite. Ist der hier stumpf, macht ihr mit der Kante weiter. So, das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Jetzt gehe ich meistens auch hin und entschärfe mit der groben Pfeile diese Ecken hier, denn da verletzt man sich gerne beim Arbeiten dran. Einfach ein paar Mal drüber gehen, etwas entschärfen und eure Ziehklinge ist wieder einsatzbereit. Das heißt zwar, Ziehklinge, aber die meisten Leute drücken diese Klingen. Ihr habt einfach dann mehr Kraft. Es gibt auch Ziehklingenhalter. Ich mag diese nicht so gern. Mir fehlt da einfach die Rückmeldung, das Gefühl beim Arbeiten, was gerade am Holz passiert. Deswegen benutze ich die Ziehklingen lieber ohne Halter. Das hat den Nachteil, dass irgendwann das Blech etwas warm wird. Das merkt ihr sehr schnell an den Daumen. Das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass ihr genug Druck ausübt. Beim Arbeiten biegt ihr die Ziehklinge mehr oder weniger durch. Dadurch könnt ihr auch sehr schön punktuell arbeiten. Und eine gut vorbereitete Ziehklinge hinterlässt eine glatte Oberfläche. Nicht so glatt wie gehobelt, aber dennoch so glatt, dass vielleicht noch ein Feinschliff notwendig ist. Aber ansonsten könnt ihr euch auch hier teilweise sehr viel Schleifarbeit sparen. Und wenn eure Ziehklinge nach dem Schärfen keine Späne macht, dann ist irgendwas schief gelaufen. Dann zieht einfach einen neuen Grat an. Ja, wie ihr seht, das ist alles also kein Hexenwerk. Mein Tipp an dieser Stelle, spart nicht an den Ziehklingen selbst. Selbst die von Lee Nielsen, das sind schon so mit die teuersten, die ihr kaufen könnt, liegen so etwa um die 7 Euro. Leider in Deutschland nicht zu bekommen. Ich bestelle die in Holland oder in England. Da gibt es Vertriebe, die haben die. Das gleiche gilt hier für den Ziehklingenstahl. Ich weiß nicht, ob der in Deutschland lieferbar ist. Aber es gibt andere Hersteller, die ähnliche Stähle liefern. Wichtig ist wirklich, dass ihr einen Hartmetallstab habt und dass der rund ist. Lasst die Finger von diesen billigen Dreieckigen stählen. Damit bekommt ihr, wenn ihr viel Übung habt, zwar auch einen Grat, aber es fällt euch einfach nicht so leicht wie mit dem hier. Dann macht ihr euch noch diese Holzvorrichtung hier. Das ist auch nichts Besonderes. Und schon könnt ihr wirklich Ziehklingen in Serie schärfen. Das geht schnell. Da auch wieder mein Tipp, besorgt euch mindestens zwei Stück, dass ihr nicht für jedes Mal, wenn eine solche Ziehklinge stumm ist, wieder alles rausgraben müsst und neu anfangen müsst. Die Ziehklingen sind ja nicht sehr teuer. Nehmt euch einfach zwei Stück. Wenn beide stumpf sind, dann nehmt ihr euch euer Schärfwerkzeug, schärft die wieder durch, habt wieder Ruhe. Ja, soviel also zum Thema Ziehklingen. Wenn ihr noch mehr über das Thema Werkzeuge schärfen wissen wollt, dann empfehle ich euch mal einen Online-Kurs zum Thema Handwerkzeuge schärfen. Da zeige ich euch zwar auch noch mal das Schärfen von Ziehklingen. Da gibt es auch eine Zeichnung von diesen Hilfsmitteln. Aber da gibt es noch ganz viel mehr, zum Beispiel das Schärfen von Hobeleisen, von Stemmeisen, von Anreißmessern. Ich zeige euch auch das Arbeiten hier mit der Tormek in diesem Kurs. Also alles, was ihr über das Schärfen von Handwerkzeugen wissen müsst, gibt es in diesem Kurs. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns bald schon wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und habt viel Spaß in eurer Werkstatt.